Scheiße, entstampelt. Scheiße. What's the hell? Okay, ich muss irgendwie wieder hier oben rauf, aber erstmal lade ich wieder mein Inventar neu. Sack. Scheiß rum. Bade. Stirb. Endlich. Ja, stirb. 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 Und Brandpfeil. Stirb. Da hinten kommt jetzt noch ein Pick-Zombie an. Und gescheiß hat. Treffer. Äh, noch ein Pick-Zombie. Puh. Das ist gar nicht mehr so einfach hier die Stellung zu halten. Was jetzt machen wir uns doch gar nicht mal so schlecht. Die sind mir eigentlich alle egal, weil die kommen hier nicht rein. Das, was gefährlich sind, sind diese Bombarden als erstes. Und zweitens, die Baumeister auch natürlich. Und auch die Spinnen und halt halt alles, was uns so, ja, reichen kann. Besonders gefällig sind halt die Pick-Zombie. Die sind zusammen mit den Bombarden. Die Bombarden machen den Weg frei und die... Ach so, hey. Ich hab keine Ahnung, wo die immer herkommen. Ich bin gleich tot. Ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Einmal jetzt mal ganz kurz einmal die ganzen Tränke reinziehen. Ich seh kaum was. Oh, besser. Soll ich vielleicht mal den Bombarden ausschalten. Als erstes möchte ich da hinten aber den in Brand setzen. Und dann bekommt ihr hier einmal Instant und hier alles mögliche. Das ist doch Instant der Mensch, ne? Und Potion. What the... Na. Man sieht die auch nicht. Guckt doch schon dahin. Woher kommen die denn immer? Das möchte ich zu gern mal wissen. Mach nicht mit einer Tor schießen. Pfeile, beeilt euch schneller. Da kommen die schon wieder nie von. Da kommt ja kein. Oder... Ja, einer. Wow. Das ist ja nicht das Gefährliche. Das Gefährliche kommt jetzt gerade alles von da. Puh. Und die Lava mit dir. Genau. Wo kriegt man die richtig schnell weg? Ja. Noch eine Lava. Jetzt... Aber erst mal auf die Pickzombies überall. Pickzombies und Bauherren. Ich hab' gesagt Pickzombies und Bauherren. Die scheiß Skeletten sind mir grad... Der ist egal. Weil bei den Skeletten mach ich einmal nämlich so. Und dann hat sich das. Bei da hinten in der Ecke mach ich das auch mal müssen. Jetzt kann ich nicht in den Schlussenteils... Bin ich jetzt da mal. Ja, jetzt lädt mich doch im Arsch. Oh, ich hab' wieder hier Obsidian. Das kann ich mal dazu verwenden, um hier mal meine Lavalöcher zuzumachen. Wodurch hier die Lava... Fail. Ah. Wodurch hier die Lava kommt. Ah, nee. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Das zu. Wir kommen grad schon wieder... Kein Leben abgezogen. Das gefällt mir, diese Tränke. Instant Damage! Und... Pushen auf sonst was hier noch. Weil ich überhaupt nicht. Sie einfach mal überall hinwerfen. Ich glaub' das sind die letzten von dieser Runde hier. Wir sollten eigentlich alle größtenteils tot sein. Genau. Nein, verkehrter Knopf. Nochmal neu laden. Puh, theoretisch können wir mal das raus... Das raus und dann... Save. Was mach' ich? Ich glaub' ein Trank davon war Fire Resistance. Strang von Negation. Ach so. Äh... Fire Resistance ist ja geil. Und da wär' ich in Squad angeschrieben. Aber das ist mir grad egal. Weil ich jetzt erstmal... Hier... Ja... Schön Flächen Damage. Die sind mir egal. Ich muss nach... Sowas Ausschau halten. Ja. Okay, warum? Ist das euer Ernst? Wisst ihr was das jetzt auf die Fresse gibt? So. Äh... Die Lava ist echt effektiv. Wow. What the help? Wo kommt ihr denn? Was für'n Arsch wieder ein Standbild? Oh, wo bin ich denn jetzt hier schon so gelandet? Alter, WTF? Jeder, wir waren doch grad keiner mehr. Wo kommen die... Schützen immer her? Was? Was? Schieß mich da bitte von hinten ab. Alter, WTF? Was ist das? Alter, WTF? Was ist das? Alter, WTF? Hey, hier, bisschen Instant Damage für euch. Alter, WTF? Was ist das? Ach, das scheiß Ding war das. Ach, das scheiß Ding war das. Das ist wahrscheinlich die ganze Zeit. Alter, das geschwert ne kurze Reichweite. Ah. Ich hab keine Fire Resistance. Doch, ich hab noch Fire Resistance. Das ist eigentlich das nicht so ganz schön. Ne, 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 ne. Los mach weg, hier den Scheiß. Alter. Ne, ihr Arschlöcher. Oh mein Gott, sind das viele, sind das viele, sind das viele, sind das viele. Oh, 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 oh. Und mehr kann, ich schüte nicht, ich hab nur eine Goldrüstung an. Uh, geil. Geil, oh mein, oh. Wow, du geh mal schön brav sterben. Und da ist eine Brennfalle ausgelöst. Oh mein Gott, da kommen jetzt ja ganz viele. Hey, ich hab was für euch. Jetzt hab ich mich selbst damit erwischt. Mir grad aber egal, weil die gehen jetzt richtig schnell down. Weil die verlieren jetzt ständig Leben hier. Die ganzen Brüder, so wie ich. Oh, Welle 27. Also, so schlecht sind wir gar nicht, weil Welle 27 ist schon immer ein Test, wo ich in Creative Mode war, habe ich bis Welle sonst was, also weniger hinfalls geschafft. War ich nicht so weit wie jetzt. Genau, damit das sind die hier unten gefressen. Ich wollte grad zurück in die Festung. Aber sonst ist ja alles in Ordnung. Clean die Melee. Okay, einmal neu laden. Da sind voll die Löcher in unserer Burg. Na gut. Monster. Ihr könnt kommen. Komm schon, Monster. Monster. Man wirkt so, das ist so die Ecke, die so angegriffen wurde. Zack. Diesmal schaffe ich den Sprung. Wo sehe ich hier diese... Alter, das Ding schießt ernsthaft auf mich. Alter, ich finde das witzig, wie viel ich aushalte. Uh, wo sehe ich das denn? Die Spaß damit, Brüder. Da hab ich mich da auch schon wieder getroffen. Oh mein Gott. Wie weit kann man die der Dinge auch nicht mehr schmeißen? Das geht doch mal hier durch. Einfach mal. Alter, ist halt hier ein Standbild, wie die Dinger aufregen. So, der ist weg. Das Ding war doch tot. Hier in dem Instant Damage. Das Ding ist doch... Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Alter, ich kriege jedes Mal mit ab. Ich weiß nicht, wieso. Bis jetzt ist ja noch alles in Ordnung. Bis auf, dass ich jetzt selbst von mir Schaden bekomme. Jetzt nicht mehr. ich bin in der Nähe von Lava ok von den Typen habe ich eigentlich nicht so jetzt wirklich das ist jetzt nicht so meine Sorge meine Sorge sind halt mehr die Typen zum Beispiel genau stirbt load ja gut die ist jetzt auch nicht mal so wirklich gefährlich die können jetzt noch gefährlich werden eventuell ok jetzt gleich nicht mehr ne nach Tag guter Bauherr einmal wieder heilen einfach so aus Prinzip und aufgrund dass wir fire resisten jetzt nochmal sich jetzt aber drauf packen für mich ist einfach mal wie diese Pickzombies Moment jetzt habe ich Orientierung verloren ah ich bin jetzt hier irgendwo hier unten gelandet was mich gerade sehr verwundert aber war doch hier um und dann will ich jetzt hier durch genau wie die dämlichen Pickzombies das ist ja schon richtig schon angekratzt kommen wir hier noch hoch so als erstes kriegt man hier die ganze Schweinebande einmal schön hiervon was ab und jetzt warte ich ganz kurz und dann kann ich einmal das hier rüber streuen und die sterben alle sehr schnell und was jetzt ich tot ist sollte mit ein zwei schüssen im bogen kalt gemacht sein so leute hier kommt auch noch mal hier alles dieses schöne zeug dann einmal instant damage rüber und dann ist schon wieder gut so was klappt doch ganz willst du denn die trinken nämlich gerade alle schaden und dann kann man hier nämlich zack 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 alle weg so ich möchte einmal gucken ich muss das jetzt einmal wissen welle 35 haben wir jetzt schon wave 28 1106 mobs haben wir gekillt oh mein gott werde noch nichts